Eine vollständig renovierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kassel. 1956 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 780 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.